so herzlich willkommen zu einer weiteren folge ets 2 heute mit deaktiviertem kompost siting gut meine ist eigentlich sowieso meistens deaktiviert war jetzt nur denn deswegen nicht deaktiviert weil ich recht gerade neu gestartet hatte kurz vor der vor der letzten aufnahme weil sich mal wieder mein usb verabschiedet hat ja warum 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 ist usb immer so eine trauerfeier hier hat vorsichtig das schlimmste eva ich will mal kurz gucken wie es eigentlich aussieht ich glaube ich mache das hier wir hätten halt nicht an der kreuzung da parken sollen und da wird ganz ganz zu einem prozent auf also zwei ok die werten wir haben ja schon sechs prozent auf die geschahen gehabt ich dachte die vollen prozent kam durch den lkw zusammenstoß da also auch mit dem bus da war schon so viel schaden was weiß ich meine nicht mehr ach so ja wahrscheinlich schreibt ja weil er so ausschwenkt und dich letztens also vor der letzte folge schon ja mit dem auflieger immer über gegengerasteln weil er so sehr ausschwenkt nach scheißen dreck gut ja dann hat sich das ja mal gar nicht gelohnt ich meine gut wir haben jetzt kein frachtschaden mehr und ein prozent frachtschaden obwohl ich meine bei 150.000 euro da wäre ein prozent kostet schon ein paar tausend euro gewesen oder ist ja jetzt nicht so dass wenn man nur ein prozent schaden hat nur ein prozent von der verbietung weg ist oder es ist wesentlich mehr weg so was ja auch irgendwo realistisch ist ich meine selbst das wäre unrealistisch im echten wäre es so wenn die fracht einen schaden hat dann bist du am arsch so dann war es das dann kannst du die fracht direkt zurückbringen und kannst froh sein wenn du selber keine strafe bezahlen musst also man selber in der regel eh nicht da gibt es ja versicherungen so der aber eben so und kriegst du auf jeden fall keinen mehr setzt for sure warum fahren wir so schnell und wie wir uns nun tun wenn ich so schon an was sieht so dunkel aus ich könnte einfach mal wieder mal nicht wissen meine bildschirm ein bisschen heller machen gerade mal kurz jetzt sehe ich ein bisschen mehr es hat das krasse weil die bildschirme so hell sind ich meine der hier der hat jetzt die einheit gar nicht mehr ein 300 nits war das nits also da auf diese helligkeitsangabe die die bildschirme haben da haben die 300 so übliche bildschirme liegen eher so bei bis 250 glaube aber ich sage die haben schon 300 die sind halt so scheiße hell aber ich sage wenn draußen direkt die sonne reinknallt dann ist es auch ganz praktisch dass sie so hell sind ich meine wie sagt normalerweise laufen die bei mir auf 50 prozent helligkeit das reicht voll aus so also die 300 nits brauche ich nicht mal so aber gerade wenn es halt hier ingame auch so dunkel ist dann ist es doch schon vorteilhaft jetzt zum beispiel hier hinten die ganzen baumumrisse und da hinten das haus diesen hausumriss ist halt schwarz auf sehr dunklem grau so und diesen kontrast den sieht man halt jetzt so auch wunderbar ja schon echt geil biege nach rechts ab wollen wir gerade aus weiter fahren das sind ein paar gebäude die wir noch gar nicht gesehen haben hier zum beispiel da kann man ja gut meine bis zum jobcenter so aber das wird das jetzt nicht zu viel bringen da haben wir wieder die häuser wo alle bis spät in der nacht arbeiten hätte man doch die andere rute genommen heute gibt es aber schon wieder unfall wie sieht also aktuell unsere bank aus wir haben ja wieder fast 80 toni obwohl doch das könnte was werden ach nee doch geht doch wiederum ne menge schade eigentlich na gut jetzt müssen wir mal wenigstens 10.000 erreichen äh jetzt nur noch 100.000 die zahl kann man sich leichter merken Daniel D ist im level aufgestiegen ja freu dich bitch oh man alter warum es nicht überleidplanken sein aber warum ist da ein stopp schild warum bremst er gewinnig holy shit fett er zu bett er steht ja ich fach einfach ähm ich fahre wow ich grad so ich fahre und mein getriebe so nidu fährst nicht sona 500 äh 50 ich fach einfach ich bin ja immer wieder auf w auf w sow w e oh w w w w es w w w Alter, voll Elefantenrennen hier gerade. Aber bei der, der schon am Gewinn ist. Ja, wobei, ich hole den langsam ein, ich hole den langsam ein. Ja, langsam wird es wieder ein bisschen eben, ne? Ja, wobei nicht wirklich. Der Fetter braucht mehr als 80, kann das sein? Der ist immer noch schneller als wir. Auf jeden Fall, wir fahren schon 82. Aber ich glaube nicht, dass ein Aufflieger für mehr als 80 zugelassen ist. Die kennt man leider kaum. Wobei, wenn ich mal so mache. Ah ne, sieht aus wie als wenn der da unten ein 80er Plakette dran hätte. Ich meine, das ist auch klar, das ist ein Cortina-Auflieger, so. So, wie sehen unsere Stats aus? Wir haben noch 20 Stunden plus und die brauchen wir auch noch. Okay. Aber es ist noch alles im grünen Bereich. Wir holen tatsächlich sogar auf. Jetzt haben wir wirklich ein Plus von 20 Stunden. Sieht also alles soweit gut aus. Guck mal, wie er davon düst, Alter. Die verschillt so schnell, der Junge. Mal los mit dem. Ja, komm schon, ich schaff das. Ich glaub an dich. Was? Das ist ja einfach alles zu eng. Ich hatte ausschränkende Auflieger. Alter, wie soll man denn hier lang? Ich will wieder ATS fahren. Ausschränkende Auflieger mag ich nicht. Okay. Ja, jetzt krieg ich hier irgendwelche Schaden, ey. Ich hab doch alle einen Schaden, hab ich doch. Haben die doch. Oh, schon hab ich wieder 1% Auflieger-Schaden. Äh, Frachtschaden. Geil. Das wird nur Spaß. Ich bin jetzt los. Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, hier ziehe ich gerade bergauf, ey. Gefällt mir mal gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, hier ziehe ich gerade bergauf, ey. 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 Das war's für heute. Schau, schau, schau. Links halten und dann links abbiegen. Wiege nach links ab. 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 auch schon der grün egal, das freck überstreckt ganz gereicht hätte man nicht angestoßen gleich überall hier demnächst links abbiegen natürlich wird er gerade rot rechts halten und dann rechts abbiegen wiege nach rechts ab deswegen bei solchen stellen am besten nicht immer so fahren und dann hier abbiegen das ist der wesentlich wie die war rot warten Biege nach links ab. Komm, wir holen bitte. Du bist. Wow. Wow. dann soll es auch für die folge gewesen sein und dann sehen wir uns zur nächsten folge wieder wenn wir den bordstein runterfahren und da 100% schaden bekommen so fällt mich gerade ein als wir aufgefahren sind deswegen auch so gewöckelt hat dass diese bordsteine bisschen buggy sind also speziell dieser bordstein der so aussieht wie der wo wir gerade aufgefahren sind die sind sehr buggy da gibt es da kriegt man gerne mal schaden weil der lkw extrem rum hüpft naja du bist dann